Jo, herzlich willkommen! Wir sind hier wieder bei Darksector, nachdem wir hier ein Massengemetzel in der letzten Folge veranstaltet haben. Ich denke, machen wir hier gerade mal weiter und schauen, wo wir lang müssen. Ich denke mal... Au, ich weiß, was wir machen müssen. Und zwar... Okay, das wird... Das klappt, das klappt nicht so. Nach unten, nach unten, nach unten, und, 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 und... Hat's geklappt? Nein, weit weiter zu. Und, und, klappt's, und klappt's. Das ist ja fast zu ätzend mit den Batarangs... ...bei, ähm... ...Batman. Da, mit dieser Suchsteuerung. Und da, das ist nicht nett. Und... Ach, Space-Wagen muss ich hier nur drücken, dann geht's mal schon... Oh, eine neue Katze. Dann sind wir mal leise. Oh, das ist so cool. Lower your weapons, Onnishka. Iargo. You've got something for me? I do. I have you updated orders, from the AD. I have also arranged for you to acquire weapons and explosives. No, thanks. You don't want to take it, but you don't have choice. This will slow your invention. It will buy you time. Show me what you've got. Your harbor explosion has released the infected Mesner had captured. We believe Mesner has planned to collect them, bring them into the open, so his Leserian thugs can capture them. He had Viktor Sudek repair old Soviet ULF transmitter. These transmitters were used in the 80s, to draw in the infected. Like moths, to a flame. My dear. Where are you paying attention? This transmitter is hidden in an old bunker, inside the Leserian catacombs. You will enter via church. You are to disrupt Mesner's operation by destroying transmitter. I am going to destroy the transmitter. I am going to destroy the transmitter. I am going to destroy the transmitter. Take this to the underground. They will give you the explosives you need. Guns too. Without the governors on them. If the price is right. But even as the world drowns, the Reds will swim. I hope you won't find the sewers unpleasant. das sieht man es immer wieder immer diese bösen bösen russen wobei ich nicht sagen ich habe eigentlich nichts gegen russen ich habe also ich habe echt nichts gegen sie ich finde es genial ich fand die katzen gerade auch nicht ich fand die katze Typen aus der Katzenkultur auch nie können wir hier nicht einfach runter fliegen ich finde ich den dezenten Wohl ist nie denn da kann ich jetzt nur oh mein Gott oh das ist nicht mehr ich dachte das ist vielleicht nicht so aber es sind keine Filze ich glaube dann ähm ich glaube ah voll Alter im Ernst soll ich da jetzt ernsthaft irgendwie mit der Steuerung durchglitschen Alter nicht euer Ernst klappst du mal klappst du auch heute auch noch oder kann ich einfach das ist natürlich auch eine Methode Chapter 4 Mords of the Flame ok das hört sich gut ok sehr freundlich Dankeschön für die Lösung was werden wir hier wohl vorfinden aber wir haben irgendwie ordentlich Munition für die Piste bekommen ist mir gerade aufgefallen gehen wir dahinter ist ja nicht nennen sie was ist da oder was außer jedem mit ihm folgen wir haben meine Sternzen ein bisschen hart woher woher ähm was brauchen wir denn jetzt rum hier was brauchen wir denn jetzt rum hier was brauchen wir denn jetzt rum hier das ist ja ganz gut ok ach Black Market endlich Bye was können wir hier denn holen Handguns Technoburst Furcus du bad you need more cash for that ich hab keine nicht genügend cash rifles shotguns I've got some nice gear ch ch but I don't take credit too bad you need more cash for that ok hab ich irgendwas zu verkaufen verkaufen wir haben eine te hier haben unsere Tecna die ist ein bisschen was wert fragren als fire rate könnten wir oder wir können upgraden hm wir könnten unsere Tecna abkönnen unsere Pistole aber ich weiß nicht wie viel kostet denn da die beste Tecna ihr hört vielleicht grad in hier und meinen Wunsch rum spasten ja und so you need at least a handgun one handgun oh mein hallo ja ich nehm grad auf nicht schlimm nicht schlimm nicht schlimm meine schwester ist grad ins zimmer gekommen die ist grad von der schule gekommen liebe grüße erstmal von mir an sie und so weiter und so fort ja sie geht schon wieder sie geht schon wieder mein sie jo ähm ich sag jetzt auch nicht weiter so schlimm ähm das ist blöd ich hätte gerne die andere Masse locker naja wir haben also noch nicht genügend Kohle das ist uns grade mal aufgefallen aber wir sind immerhin wo das Black Market ist das sind also leuchten ja auch wieder coole animation Alter übernimmt Alter übertreibt okay Alter einfach ja ja wir haben eh mal kaputt das ist so genial und jetzt noch mit der Power äh mit dem Power Boost nicht drauf holy fucking moly hat die das gesehen wir probieren gleich nochmal aus Alter ist das die Welle mit der Super Blaze das tut das tut oh 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 meine Decken nicht verschossen worden oh 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 ähm und wo ist denn die Welle mit der Beschuss im Ernst? aber die neue Knarre hätte schon los gehabt damit wollte ich abfüllter die doch nicht so irgendeine Milchknarre raushauen ich meine sind zwar zu grün mit der Knarre aber besser geht immer okay der sollte tot sein okay ich suche mir eine andere Deckung und die bringt es irgendwie nicht so okay zack ich bin gleich aufs Brumgasten anders was Krill wieder macht okay okay das dürfte zwei Spiele gewesen sein okay einer hat dann schein ne er hat's nicht überlegt okay am besten alter alter das ist so übertrieben heftig ich ich feier das Gate grad irgendwie so extrem alter bleib weg von mir überlebt dir was deine Mutter mich hier getan hat okay und das stimmt nicht oh 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 ich glaub der Kose kommt ich glaub der Kose kommt das hat mir nämlich die für einen komischen Flashback hat mir nämlich auch mal als der Kose gekommen ist ok ok die springen wir jetzt auch noch rum das weißt du und hoffentlich direkt die Ranks ich glaub nicht die Ranks weiß nicht sind da oben auch Ranks oder was tu mal einfach meine Kanate dead move ich hab anschein grad eine Leiche geschnordert space dankeschön der ist tot juhu da kommst du denn du jetzt ähm wir nehmen mal kurz noch Ranksrum mit und kann ja nicht schaden weil ich glaub da vorne kommen gleich von den nächsten hast du ja wirklich gesagt? ich glaube da vorne kommen gleich von den nächsten und keiner wollte mir mal wieder glauben haben wir hier nicht auch noch irgendwo einen Stromtasten? da fängt es hier ab das geht hier ab das macht boah dieses Licht ey boah der steckt immer diese Chorgen die 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 alter du willst dich mit mir ernst auf den Nahkampf angeben kann ich die Gatling benutzen? kann ich die Gatling benutzen? Gatling 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 es ist bestehend mit diesen Schildrein heinis legt mich fertig wenn ihr an die Gudling firstly蛇 ihr könnt mich mal im aar schläppen jetzt war im ernst von wo hat er geschossen im ernst also die runde ist eindeutig ein wenig ich fähl ok ich nehme Strom mit das sehe ich nicht ein wenn ich schon hier bin Tiranate 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 ok das ist ein bisschen scheißig wo kommst denn du jetzt her da schaut man einmal nicht auf den Silkschirm ok Hör auf, mit deiner Schrot auf, mitzutzen, nicht gebohrt. Alleine nicht aktiv. Oh, ich bin da rein, oh ja. Was wäre, wenn wir links rumgegangen wären? Das weiß ich nicht. Ähm, das wird gewendig. Äh, es wird, ja, es wird gewendig. Das wird lebendig. Ähm, ja, was ist das? Oh, man, komm schon, das war doch schon nicht. Oh, man, komm schon, das war doch schon nicht. Da. Das ist schön für das Tür. Was ist das? Ja, komm schon. Na ja, wir sammeln wieder jede Menge Leute zum Finissen. Hier, nochmal holen. Kleiner Hör. Ganz schön, das hab ich nach pivoterloge. Okay. Mö, ca. Das ist eine Lippeer von Gucke получается. Okay, der Finisher kam gerade noch rechtzeitig. Okay, der Finisher kam gerade noch rechtzeitig. Und du, lass dich bitte Ruhe. Und ihr mich auch. Okay, der Finisher kam gerade noch rechtzeitig. Okay, der Finisher kam auch. Komm schon, Finisher! Okay, das ist knapp. Okay. Oh, Mann! Da hat man so eine Witzpupel hier hängen, ne? Äh... Gleich... Ja... Ja... Dann... Ey, man ernst, wir haben heute echt alle nichts besser zu tun, als nitten in die Aufnahme reinzurauschen. Meine Schwester? Okay, die wusste es nicht. Aber die... Mein Vater wusste es. Meine Mutter wuchste es. Okay, was ist da? Ja... Nee, also... Tut mir leid, dass sie das hier zweimal durch reingelaufen sind. Dafür kann ich nichts mehr ändern. Und mein Vater, der... Ja... Ist dann auch... Das merkt man doch, wenn jemand mit mir selbst redet. Dafür mach ich jetzt auch einfach mal ein, zwei Minuten länger. Das merkt man doch irgendwie, oder? Das merkt man doch irgendwie, oder? Aber... Ihr könnt mir nicht sagen, dass ich so leise bin. Okay, der Finisher kann gerade rechtzeitig... Okay. Äh, muss nicht die Finisher schieben. Komm her. Also... Aber... Komm schon, stirb. Ich dachte, wir machen jetzt die Finisher am Boden. Verdammt. Du bist... So eine Art Body-Track. Ist ja. Geil mit der Kläfe voraus. Und du bist auch noch dran. Tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber deine Mutter weiter fliegt. Jo... Ähm, okay. Die können wir jetzt nicht tun, aber ich muss es nicht haben müssen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Dankeschön. Wir loaden. Jo... Da ist auch schon wieder einer, der es drauf anlegt. Willst du nicht sterben, oder tust du das? Stürb ich mal bitte? Fresse. Und... Ich geh mit hoch. Das ist doch schön, oder nicht? Oh Gott, das ist... Alter. Wie ich den aufs Maul gehauen hat. Jo... Hm. Was müssen wir hier machen? Ah! Da lang müssen wir. Hätten wahrscheinlich ja nicht die ganzen Typen killen müssen. Oder vielleicht hat einer wieder die Tür aufgemacht. Keine Ahnung. Aber... Da wir das jetzt fertig haben, irgendwie versprochen. Ich hab's noch fertig gemacht. Lagen wir hier noch einmal mit der Clave auf. Ich schwöre noch einmal mit dem Power-Move durch den Raum. U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. Okay. Und... Ich denk' das reicht dann auch für die Folge. Bis dann wünsch' ich euch einen wunderschönen Tag. Euer Mr. Confused. Ciao!